Arbeiten in der Pflege am Uniklinikum Salzburg ist für mich jeden Tag eine Herausforderung, der ich gerne mit Freude und Motivation nachkomme. Mein Name ist Hubert Flachterger und ich bin Personalrecruiter für die Pflege am Uniklinikum Salzburg. Gemeinsam mit dem Recruiting-Team verantworte ich die Einstellung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Pflege. Wir achten darauf, dass wir für die Bewerberinnen und Bewerber die passende Stelle in der Pflege am Uniklinikum finden, die deren Zielen, Wünschen und Vorstellungen entsprechen. Wollen auch Sie in einem Uniklinikum arbeiten, wo Sie gefordert und gefördert werden und wo die dynamische Entwicklung des Pflegeberufes aktiv gelebt wird. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und Bewerbung. Abonnieren, bitte zu zweit, bis jetzt in unserem Programm geht. Bis zum nächsten Mal. Wir haben einen Uniklinikum, der wir mit Markeland gehört, Wir sind ein Uniklinikum.